Hast du einen lustigen Joke oder irgendwas? Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank oder warum hast du deinen Kopf in der Hand? Oh, das hat sich reimt. Oh, das... Oh. Oh, äh. Ja, du doch selber. Oh, stimmt. Ha, 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 ha. Kauft jetzt ein Ticket zu unserer Show. Die Sache ist, unser bester Witz, den wir je entwickelt haben. Der ist im Schauboot abgesetzt. Ja, stimmt, ne? Stimmt. Ach, oh, das hättest du ja nie erfahren Die Leute auch nicht Ich hab ne Folge aufgenommen wieder Und zwar mit wem anders Und der hat den Witz dann sogar auch gemacht Aber die Folge wird nie rauskommen Es war so grausam Die sind einem, ach Gott Du spielst 10 Minuten im Modus Hast alle gekillt Und verbringst nur noch 15 weitere Minuten Damit den letzten zu finden, weil er die ganze Zeit verschwindet Geiles Spiel Fast so toll wie das hier, wo man springt Ja, ich hab auch grad Schon beim zweiten Modul einen Fehler gehabt Das war richtig geil Und meine F1-Taste funktioniert wieder, Leute Sie hat ja zwischendrin wieder funktioniert Dann ist sie wieder kaputt gegangen Alles nachdem ich Wasser über meine Tastatur gestüttet hab Fing sie plötzlich an, komisch zu werden Ich weiß es nicht Und jetzt hab ich einfach ne neue Tastatur Für meine F1-Taste Warum aber immer die einzige Taste war, die nicht funktioniert hat Ich hab aber auch hier 3000 Tastaturen Und? Irgendwie kommen die mal her Zu mir Ich hab auch einmal Ich hab, hatte ich dir bestimmt mal erzählt Ich hab einmal ne Tastatur letztens sauber gemacht Und dann so richtig viel Wasser da reingekippt Also mit Absicht Um die halt zu säubern Und dann ging die nicht mehr Achso Warum? Richtig dumm Also Ich hab halt noch so 30 Stück hier rumliegen Deswegen ist es nicht so schlimm Aber Wie, wie, wie Wie man mit seinen Sachen umgeht Wenn man zu viel davon hat Also sorry Ich bin AD-Anna Wow, wow Bin ich sch... Cool Ich hab eins verkackt Ich bin DIN-0L Du bist zwei... Du bist bei... Ne, bist du nicht Ich bin Zweiter Aber nicht bei dir Aber in der Nähe In der Nähe Get on my level Ach genau Ich hab das grad gesehen Vor allem Wann bist du bei mir? Jetzt bin ich sogar vor dir Ach komm Was mach ich denn? Och nein Oh, ich hab den geschafft Ach, ja Hast du es? Äh, ne Den Einsprung Von dem ich gedacht hab Dass ich ihn nicht schaffe Ah Ja Ja, ja, ja Ja, mein Nio ist an fire wieder Ich hab's Oh nein, Manu Obwohl du bist ja Get on my level Obwohl ich manchmal nicht das Gefühl hab Was denn? Was denn? Dass du mein Team mit Beat bist Achso Eigentlich ist es ja nicht schlimm Besonders am Ende Wenn ich dich immer anspucke Wollen wir denn mal was anderes machen? Ein Faustduell oder sowas? Genau Dann zwickst du bestimmt nicht einfach dein Schwert Ne, wir können ja alles davor wegschmeißen Och nein Jetzt hab ich hier einen Sprung An dem ich wieder Versage Und alle meinen Vorsprung Kannst du das Back to the Future Ding? Weiß es nicht Weißt du nicht, was ich meine? Ich kenn das Modul nicht Wie kennst du das? Ja, aber ich Ja Ja, oh Gott Bitte Bitte Endlich Ah ja Meine Nase juckt Meine Nase Perfekt Oh nein Los die Nase Brie ihn um Brie ihn um Das ist mein Mate Alter Ja, wieder was verkackt Zum dritten Mal Ich hab einfach nur 2000 Punkte Ich darf jetzt nicht runterfallen Echt? Nur 2000? Ja Ich schäme mich Und du? Ne, ich hab 1800 Aber ich bin ja hinter dir Lol Wenig Ha Ha Oh, bitte Was? Also dich Ja, ich wollt grad sagen Also mich Ich hab doch nen Bogen Ich konnte nicht weiter verzaubern 24 Pfeile Easy Okay Oh oh Komm her Hä? Was ist das für ne Map? Wo bist du? Ne tolle Ah, ich seh einen auf nem Baum Ich hab, ich hab nen Oh Gott Ich renne in die Mitte Ich renne in die Mitte Hinter mir sind zwei Leute Oh Gott Oh Gott, er will mich Was machst du denn? Ich töte grad jemanden Ich töte grad auch jemanden Ich will die Regeneration Ja, danke Oh Gott, hinter mir ist einer Nein, nein, nein Ich bin im Wasser Ich bin im Wasser Alter Lol, er hat mir den Kill geklaut Ich kann da nicht raus Ich kann da nicht raus Da waren unsichtbare Wände Hilfe, Hilfe Ach man, Manu Rette mich Ich wurde von unsichtbaren Wänden geprankt Achso Ich rette dich Ich bin hinter dir Ich verfolg dich Hä, danke Oh nein, 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 nein Hilfe Weg, er schubst mit dem Wogen hier Ach du bist das Hab ich? Ja Da kommt einer Oh nein, Hilfe Oh, der ist runtergefallen Ja, töte ihn, töte ihn Schlag ihn Da ist er, mate Ne, lol Ist das dein Gegner? What the fuck? Okay Hatte der ein besseres Schwert? Hä? Oh Gott Hä? Was sind die? Hä? Geile Damen für die Items Nice Äh, warte Hab ich irgendwas cooles getroppt bekommen? Ne Hast du, hast du, ähm Eisenschuhe? Ich hab nämlich Kettenschuhe Gehen Alter, ich hab ein besseres Lol, ich nimm ein Steinschwert Hast du? Äh, Schuhe Ja Ja, hier Perfekt Und nimm mal das da Und das da Okay, okay Ein Gold Apple Brauchst du was zu essen? Da ist einer Ne, ne Ich hatte auch schon vorher einiges Mist Oh, der Angler Das ist ein Angler Hab ihn Ich bin ein Ich hab nicht gegessen Ich bin dumm Warte, ich muss kurz essen Alter, was leckt der denn so, der Typ Ich glaub, der Mood Das ist einfach sein krasses Movement Ey, hast du mich grad von hinten geschlagen? Ich hab extra, glaub ich Also, ich bin mir nicht sicher Ich seh's ja im Schnitt Oh, oh, oh Da ist einer Oh, er ist tot Sag mal, was Ich versteh die Runde nicht Ne, die Map ist auch Weil die so zwei Oh, oh, da ist jemand Ja, der mich noch keinmal getroffen hat Und er hat nicht mal eine Verzaubertung Hä? Okay Er ist tot Ach nein, ich hab hier einen Angler Nein, wo bist du denn? Bist du oben oder was? Ne, ne, ich renne gerade im Kreis Ich renne gerade wieder Richtung Ja, oben oder was? Ja, und jetzt renne ich gerade Richtung Ich komme Jetzt bin ich gleich wieder an der Leiter Achso Oh nein Ich komm Der ist nämlich ein Angler Der angelt mich ganze Zeit weg Sehr gut Vor dir ist auch einer Ich töte ihn Ja, den meine ich ja vor mir Achso Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ne, wo, warte Ja, ich hab noch einen Ne, du meintest den hinter mir Perfekt Ja, genau, den hab ich Der hat dich gejagt Ist die Sache I'm coming home Warte Ja, oder? Ja, perfekt Sehr gut Hä, lol Oh Gott Nice Er kommt, ich treffe ihn aber nicht Perfekt Ach, diese Ich hasse Ja, ich verstehe Angel nicht Ich verstehe es nicht Ach, ne, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte Äh Wollen wir den letzten Das letzte Leben Echten Postkampf machen, Barno? Ohne Rüstung Okay Oh Gott Oh nein Ich verstehe Nicht schon wieder das Hahahaha Ah, ne, warte Du hast ja nur noch ein Leben Sekunde Auf, auf Okay Schmeiß ich alles in den See Ne, bald doch Brauchst du ja nicht benutzen Ja, aber Am Ende, weißt du Ich mache nur meine böse Hälfte Achso Ich habe auch eine Angel Hast du auch eine Angel? Mach mir Angel und Faust Hast du Essen? Okay Ja, warte Bin gleich voll Okay Angel und Faust Okay, go Oh nein Nein, nein, nein Alter, hör auf zur Angel Ich angle Ich angle Ich angle Ohne, ohne Alter Die Angel Oh Gott 200 Perzen Oh Die Angler, ey Beste Runde ever Ich heiß Xsunflower Oh Konfirmation PvP Heiß ich Das ist auch ein geiler Name Ja, vielleicht hat er den Minekraft Account zur Konfirmation geschenkt bekommen Achso Und hat dann direkt PvP gemacht Ja, klar So wie es einem halt beigebracht wird Ja, in der Kirche Oder wie jetzt Sommer sagen würde Kirche Lol Sag das zur Mail Ja Oh, jetzt sehe ich ihn mit ganz anderen Augen Der Junge, sowas sagt der immer So eine komische Sprache Stimmt, der sagt Der kann ja kein Deutsch Oh nein Ich bin runtergefahren Warum kann ja kein Deutsch, der Junge Ich bin einfach bei meiner Konfirmation, ey Hattest du eine? Ja, ich hatte Kommion hatte ich, glaube ich Kommion, ah Dann wurde ich 18 und bin aus der Kirche ausgetreten Mit 18 direkt? Ja Boah, das hätte ich euch jetzt so viel Geld gespart, ne? Also ich muss noch keine Kirchensteuer in der Zeit zahlen Kirchen, dass es sowas überhaupt noch gibt heutzutage Ist so krass Oh, ich habe den Leuchtturm endlich geschafft Was zur Hölle Und Ja, 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 ja Oh, vielleicht schaffe ich es noch Äh, nein Ach, Mann Das war der Druck Ach, Mann X dann, Flower X Ich glaube, ich mache das wieder mit dem Bogen Obwohl Was dann? Ich habe erst den Bogen verzaubert Das ist jetzt aber nicht gut Manu, ich brauche deine Hilfe Ja Ich habe mich mit dem Geld verschätzt Ich habe einfach alles auf den Kopf gehauen Ja Dann, äh, viel Spaß auf der Straße Nein, Manu Ich habe gedacht, wir sind ein bisschen intim Also ich habe halt Essen, ne? Ich habe einen Apfel und zwei Steaks Ja, äh, Essen brauche ich nicht Ich brauche nur Schutz Achso Achso, was? Warum? Das ist das Erste, was man sich kaufen muss, Maudado Nee, ich habe ja kein Geld, Manu Alter, du bist nicht wirklich nackt Doch Bist du wirklich nackt? Wir müssen einfach jemanden töten, Manu Ey, bitte Such mich instant Schieß niemanden an Das ist doch mein Plan, das ist doch mein Plan, Manu Komm einfach zu mir und versteck dich hinter mir Wir machen das da, wir schaffen das Achso, du schaffst das Ich sehe dich, hinter dir bin ich Nein, nicht diese Map Hä, äh, was war das denn gerade? Das ist hier komplett weggebackt Wo bist du? Äh, ich habe gedacht, du siehst mich Nein, ja, du bist direkt vor mir weggerannt, scheinbar Ich habe einen Oh, Leute, ich sehe, ich sehe, oh Gott, da kommt einer von der Sache Ich muss eben jemanden klatschen Ich habe zwei getötet, aber richtig viele Pfeile verbraucht Oh Gott, oh Gott, hallo, das bin ich Da kommt einer Obwohl, ich soll keine Pfeile verbrauchen ohnehin Ja, solltest du nicht, vor allem nicht in Gruppen, was dir nichts bringt Ja, ja, eben Ich bleib hier hinten, Manu Oh Gott Äh Hab ich noch mal? Brauchst du nicht, manu Oh, vor mir ist jemand, ich schwor, vor mir ist jemand Hab was für dich, komm einfach zu mir, komm einfach Warte, hier nimm Da nimm Kümmer dich um deine Rüstung Ja, ja, ich habe nur Da, da Also, wenn du Pfeile hast, dann auch immer gerne her damit Ja, da, Pfeile, drei Stück nur Danke Hier liegen aber auch noch welche rum Alter, Manu ist einfach ultra praktisch Ja, wie so ein Haustier, hier nimm Mann, so ein Manu ist ja praktisch Na, über ein Haustier habe ich noch nie gesagt, dass es praktisch ist Welches Haustier, warum gibst du mir die Pfeile? Hä, wenn Hunde Wenn, wenn Hunde auf den Boden kacken, finde ich das zum Düngen praktisch Alter, ich rasiere alle weg, dass es so krank ist, ist so krank Manual PvP is back in business Ja, neue Rüstung Nee, ich gebe dir nur, ja wollte ich gerade sagen Oh, da kommen welche Ich habe keine Pfeile, du musst den mal von der Seite wegballern Ja, musst du Ne, ne, ist nicht dann fucking ernst Alter, du bist so praktisch Du bist so praktisch Danke Der dürfte richtig wenig Leben haben, der hinten links Der linke Ja, ich versuche den von dir wegzuhalten, den anderen Ja Ja Hä? Er ist tot Oh, nice Das war's Ja, das war's Was hast du für ein Schwert? Ich habe Sharpness 2 Sharpness 2, ja okay Nichts besseres Hm Okay Ja, dann einfach nochmal spielen, oder? Oh, ich habe ein bisschen Angst Wo bist du? Äh Ach, da hinten Nein, nein Du hast mich nicht gesehen Wo bist du? Ich seh dich nicht Nee, ich bin nicht da Ach, das war gar nicht vorhersehbar Bitte, bitte bleib einfach draußen, Manu Oh nein Danke Jetzt habe ich noch meinen Schmertar geöffnet, weil ich das Schwert auf der anderen kraft habe Und das Schwert habe ich auch nicht gefunden Hallo Manu Geh weg mit deinem Schwert Hör auf Nein Da hol dir den Pfeil Oh Was war ein Glas? Kein Paul, der war ja nicht mal ganz gespannt Ja Hä? Guck mal, ein Goldapfel Ja genau, jetzt isst du noch ein Goldapfel Ja klar Hui Oh Haha Haha Hui Oh Oh Mist Ich dachte, du läufst weiter Nee, wo ist der Pfeil? Den habe ich schon längst wieder mitgenommen Oh nein, 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 geh weg Ich will nicht kämpfen Nein, hör doch auf Ich habe gesagt, nein Das ist ein Pfeil Ja, du bist ja richtig hängen geblieben Ich bin nicht hängen geblieben Ich bin nicht hängen geblieben Ich bin nicht hängen geblieben Gumm Komm, komm Ja Ja Oh Mann Ach Oh, das war gemein Junge, ich habe hier alles gesponsert Weil, was hatte denn ein Scheißbogen? Ja, aber ich habe gerade wieder ein Team Warum hast du mich denn umgebracht? Ja, keine Ahnung, weil du einen Kastenbogen hattest Loll Achso, den wolltest du... Den hätte ich dir auch gegeben Hättest du mich dann gelassen Hättest du? Ja klar, du musst einfach nur fragen Hey Hey Ich angel dich, lol Lol Hä? Ich steh drin Ernsthaft, das geht? Anscheinend Wenn ich mich nicht selbst reinbewege anscheinend Jo Hä? Ah Ui Wow, Kürbis Nice Kürbis Scheiß Palette, Alter Ganz im Ernst Hey Ui Come on Hey Nein Stopp Stopp Ander PvP Halt Stopp, ich will das nicht Ich will das nicht Was war's? Endertruhe Wow Ihr wart von deinem Gesicht, was? Ich bin's, der Ender Games HD Und danke fürs Zusehen Schaut doch bei dem Germann vorbei Der ist in der Beschreibung verlinkt Ja Tschüss